Es gab einen Jäger in der Legion. Eine Legende. Ganz gleich, wer oder was er ist. Er ist hinter unserer Beute her. Vergewissern Sie sich, dass sie die Richtige ist. Sie ist es. Gut, töten Sie sie. Wer sind Sie? Cain Wise, ich bin hier, um dir zu helfen. Ich muss einfach nur wissen, was hier los ist. Ich glaube, wir sind in einen Krieg geraten. Mit einer der mächtigsten Dynastien des Universums. Warum passiert mir das? Ihr seid von königlichem Blut, Eure Majestät. Sie werden Augen machen, wenn Sie erfahren, womit ich mein Geld verdiene. Es zählt nicht, was ihr tut, sondern was ihr seid. Ich will, dass sie gefunden und getötet wird. Ja! Euer Leben wird sich verändern, Majestät. Wieso? Hilfst du mir? Eure Erde ist ein sehr kleiner Teil einer sehr großen Industrie. Noch besitzt Balan das Anrecht auf die Erde. Wenn ihr es beansprucht, wird die Erde euch gehören. Eher lasse ich diesen Planeten verwüsten, als ihn mir von ihr nehmen zu lassen. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen Feuerkraft. Falls wir nicht mehr dazu kommen. Du suchst schon dein ganzes Leben nach ihr. Und sie ist dort unten. Wer schiebt sie? Jupiter! Es geht los. Du wirst besser tot geblieben. thirteen geht es. Wo wir200,000りßen,- wir sagen uns. Es geht Los, 2. Wirklich Мip ret! Wirklich Mipнее. Wirklich Miple.